Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Kaum fängt es an, labert uns der Märzhase zu. Und schon wieder kommt hier eine Teekanne. Ah, du sollst sie doch auch anvisieren, Alice. Hopp, zack. Das war zu spät, geportet. Ja, warum portet sie jetzt gar nicht mehr? Müssen wir jetzt verarschen? Sie hängt fest. Sie hängt fest! Oh, Leute. Ein Traumstart. Ja, natürlich. Sie hängt einfach fest. Wenn mein Mikrofon mal so festhängen würde. Ah, das will nicht hängen. Ähm, wo sind wir jetzt? Okay, wir sind wieder hier. Und sollen jetzt gegen diese Teekanne da kämpfen. Und wenn sie auch nicht festhängt, geht das viel besser. So muss das doch sein. Und ich finde, diesen Part ist wahrscheinlich schon wieder totaler Müll. Ähm, das war zu nah. Okay, aber wir porten hier. Können wir das irgendwie ausschalten oder müssen wir tatsächlich da durchrennen? Das ist scheiße. Oh, das haben wir jetzt aber noch getimed. Oh, oh, das war jetzt voll Skill. Das war Megaskill. So skillful. So skillful ist keiner. Mann, das war jetzt voll Glück. Ey, das... ...bleibt sie einfach mittendrin stehen. Mann, Alice. Du machst mich fertig, Mädchen. Da ist irgendwo ein Pilz. Ähm, schön. Ja, dann setzen wir das Häschen hier hin und... Ich würde sagen, wir schummeln uns immer ganz... ...angenehm hier durch. Hm, was haben wir noch so? Das sind Zähne und da geht's lang. Das sieht so nach Kampf-Area auch. Äh, äh, äh. Ja, komm her, Monster. Ja, bleib da stehen, Teekanne. Die Teekanne wurde getötet. Ja, kommt alle her. Ein bisschen... ...schummeln darf man doch. Dann ist eine Erinnerung. ...schummeln darf man doch nicht mehr gehen. Oh Gott, Leute. Ja. Komm her, Kanne. Die Kanne soll immer herkommen. Die Kanne will nicht. Ja, und das war's schon. So einfach ist das. Oh, es hat aufgehört. Very nice. Really, really nice. Kommen wir da... ...geht's da durch? Ich frag mich grad, wie man da dran kommen soll. Gucken, was passiert... ...wenn wir jetzt da oben den Schalter aktivieren. Es scheint, als... ...kämen wir da durch. ...krieg. So. Weiß nicht, ob das so geil ist. Was ist das schon wieder? Ja, in der Perspektive zu laufen, ist auch so ne Sache für sich. Äh. Was? Was? Ähm... Ja, okay. Alice, bleib stehen. Ja, das sind... ...das sind diese Bugs, wo ich erwähnt habe. Wo sie dann einfach mal... ...aus Spaß an der Freude... ...einfach da runterläuft... ...und sich töten lässt. Da sind überall Dodos drin. Oh, ich seh da hinten die Schnauze. Was kriegen wir dafür? Eine goldene Flasche. Die Dodos tun mir leid. Boah. Arme Dodos. Und die wurden alle gerupft. Die armen Teile. Ähm, nein, nicht die T-Kanone. Und das wollten wir eigentlich auch nicht. Wir wollten hier eigentlich schrumpfen. Äh, arme Dodos. Die müssen hier arbeiten. Die, oh, die werden zu mechanischen irgendwas... ...Dodos um... ...gepolt. Wann ist denn das hier? Ja, irgendwie klappt das gerade nicht. Ich freue mich jetzt schon... ...da oben ist eine Einnahrung. Ich freue mich jetzt schon... ...wenn die... ...ganzen Waffen... ...auf dem letzten... ...Upgrade-Stand sind. Mal schauen, wie wir da oben drankommen. Arme Dodos. So doof Dodos auch sind. Ich glaube, da kommen wir so nicht hoch. Ne, das war jetzt... ...total falsch. Ich gucke nur gerade, ob die Schnauze noch da war. Aber die ist immer noch weg. So. Wie timen wir das am besten? Opsala. Irgendwie muss man ja da hochkommen. So. Und weg damit. Was haben wir denn hier? Aber das sieht doch schon viel besser aus. Und zack. Da oben ist ein Schalter. Na. Was macht das? Das dreht sich jetzt. Okay. Ja. Schrumpfsinn. Und ein bisschen Aufmerksamkeit. Sind erforderlich. So. Das wird jetzt... ...interessant. Dick seinen Käfig zu. Dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze aufblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Ja. Die Schwester. Ist da oben noch was drin? Nein. Aber das ist schon wieder so ein Hint darauf, dass die Eltern nach 10 Uhr wohl nichts mitbekommen. Ich hoffe, wir haben hier mal diese Stage bald durch. Ich mag sie nicht besonders. Da mag ich die Lava lieber. Maschinenraum. Da oben ist er ja schon. Der Lohn mit einer hindischen Behandlung. Ein falsches Schmerz. Ich gehe es nicht aufgeben. Aber meine Frau wird von keinem Gehör. Und so ist es nicht gleich wieder ein Buch, mit dem man sich voll in den Kopf geworfen hat. Weiß nicht. Ich glaube, dein Hebel klemmt. Oh. Schön. Ich mag die Lava lieber. Häschenbombe. Häschenbombe. Ja. Oh, sie hängt. Ich finde eigentlich, das schwerste an diesen ganzen Sachen ist meistens wirklich nur... die Kameraausrichtung, weil sich dann damit halt eben komplett die Lenkung verändert. Aber es ist schon nice. So. Dann müssen wir jetzt rüberjumpen. Hopp. Hier sind wir. So. Diesmal... Benutzen wir noch einen Hebel und sehen, was diesmal passiert. Oh. Was zur Hölle. Leute. Da sind... Da liegt schon wieder irgendwie was. People, I don't want... Ist hier noch was Interessantes. Sieht nicht so aus. Ähm. Ja. Wow. Wow. Das ist knapp. Was macht ihr? Die haben angehalten. Auch nice. Ähm. Da ist der Pfeil. So. Da kommen nachher wieder hier... ...die Beine rein. Mit dem Müllschlucker. Eigentlich müsste man den theoretisch... ...müsste man ihn ja abschießen können. Aber die sind ja unantastbar. Ganz komisch. Ach ja. Die Kameraeinstellung. Das war nix. Ich sag ja. Also das schwerste an dem Ding ist manchmal wirklich diese... ...Kamera-Kacke. Ups. Geschafft. Weil man dann eben nicht auf W drücken darf, sondern... ...auf... ...sagen wir... ...wie heißt die schöne Taste dort? Ah! Warum gehst du nicht kaputt? Ähm. Ja. Oh Gott, es wird nix. Hallo, Alice. Oh genau, machen wir das da hinten mal kaputt. Aua. Dann müssen wir irgendwie mal diese kleinen Viecher da kaputt machen. Bevor wir uns um das große kümmern. Wow. Und durch die Mitte... ...au, das hat uns erwischt. Jetzt macht doch mal das Viech hier kaputt. Oh, jetzt kommt noch ein Teapot. Okay, Ding. Das ist gerade nicht lustig. Oh, Leute. Wie viel... Ja, ich bin geportet. Ihr dürft mich gar nicht erwischen. Wir können hier auch gerade nicht weg. Na, die machen sich manchmal selbst kaputt. Das ist so schnell dran. Oh. Oh. Seht ihr mich hier wieder rennen? Da oben komme ich gerade gar nicht dran. Wo ist das andere Viech jetzt? Das hängt da hinten bei denen. Das ist doch scheiß Dreck. Ja, Fluchen. Versuchen wir mal in den Teapot zu kommen. Teapot wollte ich nicht. Nicht die scheiß Libelle Alice. Es wird langsam, aber stetig. Das Problem ist, wenn jetzt wir im Hysteria Mode landen sollten schon, dann haben wir das Problem eben, dass wir den Teapot nicht sofort klein kriegen. Was dann suboptimal ist. Ja, den kriegen wir dann auch nicht so schnell klein. Oh, Mädel. Ja, komm, da tut es mir dann auch leid. Ey, das ist echt dann einfach nur beschiss, wenn du da jetzt runterfällst. Weil die Madame keinen Bock hat. Du kannst hier unmöglich jetzt normal schießen. Ja, da komme ich nicht dran. Natürlich, jetzt laufe ich auch noch direkt rein. Ich habe aber jetzt keine Lust zu sterben. Ganz ehrlich, es ist gerade echt kacke. Ich kann hier keine... Ja. Komm, mach ihn kaputt, Mädel! Er blockt! Und die blockt auch! Und wir sterben! Ich kann das da oben nicht abschießen, weil es nicht will. Was ist jetzt los? Ist der Ton weg? Ey, das ist falsche Richtung! Oh, wenn der Teapot ma... Geil! Ey, das ist super! Ey, ich gehe jetzt schon wieder voll in der Rage-Mode an. Weil es einfach nur assig ist. Ich hätte nämlich echt gerne eine Base... Wo sind wir denn jetzt wieder? Echt gerne eine Base, wo ich mich hinstellen kann. Was? Die ganze Kacke nochmal, oder was? Oh! Das gibt's jetzt nicht, ey! Ja, komm! Laber! Ja, wir wissen's. Ich wollte diesen Part jetzt noch am Stück aufnehmen, damit er endlich fertig ist. Soll ich die ganze Kacke nochmal machen, weil sie... Ja, also ich unterbreche das jetzt hier. Ich hab grad echt scheiß Laune, weil... Ähm... Es hatte eigentlich, äh... Vorhin speichern sollen, bevor wir in den Kampf gehen. Und jetzt hat's das nicht gemacht. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Das ist ja... Vielen Dank.